so und damit dann hallo und herzlich willkommen zurück genau nicht das kaspische meer sondern die kaspische wüste ist jetzt der ort an dem wir uns herumtreiben wir werden alles platt machen was wir hier sehen und finden weil dass diese mist viecher hier praktisch sich an der wand tarnen ist schon echt krass wir brauchen halt alles wir brauchen echt alles da hinten kommt euch dieser sturm an was sie meinte also dieses hier von vom hellen ins dunkel finde ich es teilweise echt ein bisschen übertrieben so wie jetzt zum beispiel sieht man eigentlich gar nichts aber ich mir so denke okay ja stimmt schon aber ganz so extrem ist es halt auch nicht hallo 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 also echt schaffst du es nicht diese kurze wand hoch zu ziehen was bist du denn schrecklich ich guck mal kurz mit diesen vergons an weil es interessiert mich gerade oh guck mal da laufen die sogar rum das sind genau diese viecher okay und sie kommen super wir locken die jetzt zum zug weil das sind ja unsere bros auch wenn die natürlich echt nicht mitkommen da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht das ist auch eben gebrannt ich gebe mir so ein bisschen hoch so ein scharfschützengewehr wäre jetzt echt eine feine sache das ist wieder ein flugviech da ist ein leuchteturm aber die sich nicht das ist schiff wir haben sich garantiert versteckt das ist die sache von wo höre ich diese schüsse okay ich soll echt da hin okay der ist wirklich tot ich frage mich jetzt trotzdem wo die anderen hin sind gut okay ich sehe keinen wenn einer kommt mähen wir ihn halt um brennt schon wieder brennt schon wieder natürlich diese strohballen ist halt echt das doofe noch einer irgendwo von euch ich wusste doch ihr legt euch hier hin und wartet ne was sind das Laptops oder was ne guck mal finden wir hier sogar sachen was hast du dabei du bist noch nicht so lange tot ha okay der fällt nicht runter dass man sich mal genauer angucken kann für ein gerät kann ich auch mitnehmen schade eigentlich ja es ist schon schon komisch ne also seltsame viecher aber na gut gucken wir uns beim nächsten mal dann genauer an ne?